Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projektleiter und ich möchte euch zeigen, dass man heute Realität und Illusion kaum noch unterscheiden kann. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projektleiter und ich möchte euch zeigen, dass man heute Realität und Illusion kaum noch unterscheiden kann. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projektleiter und ich möchte euch zeigen, dass heute Realität und Illusion nicht mehr unterscheiden können. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projekt Projekt und ich möchte euch zeigen, wie heute Realität und Illusion sind. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projektleiter und ich möchte euch zeigen, wie Realität und Illusion sind heute immer mehr unterscheiden. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projekt Projektleiter und ich möchte euch zeigen, wie heute Realität und Illusion sind. Hallo Leute, mein Name ist Jürgen, ich bin der VLC Projekt Projektleiter und ich möchte euch zeigen, wie heute Realität und ich möchte euch zeigen, wie heute Realität und ich möchte euch zeigen. них wird dann eigentlich zur Anfänger von der VLC Projektiliterin ang Thanato мо stattfinden, wenn man die VLC Projektleiteratrukturen kochen lassen wird. Ja, es ist mir belonging, wirBlack Projektakon und ich möchte euch sehen, wie, dassёзricht ihre Zürichs writtert und ich auch als alle Ökbalance meinen Punkt über sich verblendet habe. Vielen Dank.